Hallo, ich bin sein Matthias. Es kommt gleich ein Beutepang von meiner Terraposa Blonti. Jawohl, super gemacht. Diese Terraposa Blonti ist neben meiner Terraposa Sturmi, der Rachel, die zweitgrößte Vogelspinne, die ich zurzeit pflege. Es gibt dann noch die Terraposa Apophysis, aber die ist noch etwas kleiner. Und ich finde diese mega großen Vogelspinnen sowas von beeindruckend und auch wunderschön, obwohl sie auch nicht so gefärbt sind wie manche andere Vogelspinnen. Aber ich mag sie mega. Vor allem sind sie auch sehr zeigefreudig, immer unterwegs im Terrarium, nicht so versteckt wie andere. Und natürlich durch die enorme Größe wurde sie faszinierend. Sie hat sich heute zwei Heimpiener beutet und jetzt beginnt sie wieder ihren Tanz zu machen. Das heißt sie werbt sich an den Teppich und auf diesem Teppich wird sie dann das Beutetier in Ruhe aussaugen. Das machen fast alle Vogelspinnen so. Und ist wirklich sehr cool und interessant zu beobachten. Okay, wenn das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Like da. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tись. Tschüss. Tahniah.